Wir sind als Gros Mutuell schon lange Sponsoren und jedes Jahr haben wir uns wieder übertroffen. Wir haben etwa an 90% der Turniere mitgemacht. Eines nach dem anderen war das Beste, sensationell. Und das, was nicht so gut war, ist der meiste unter Spielen gelegen und nicht am Parcours. Dieses Jahr konnten wir wunderschöne Golfplätze spielen. Es hat nie geregnet. Wir hatten super Spieler. Es sind 1200 Spieler. Wir hatten immer das schönste Wetter. Die Leute waren sehr gut drauf. Auch heute wieder ein super Fly. An dieser Stelle danke ich allen, die dieses Jahr mitgespielt haben. Alle haben dazu beigetragen, dass wir ein super Golfjahr mit dem Ausweis spielen konnten. Auf jeden Fall ist es ein ganzer Teil. In der alten Mark, ich bin sicher, ob es zusammen könnte. Früher war es nicht zusammengekommen. Wir haben uns das schon auf jeden Fall. Jijan! Es hat den Abteilen zu werden. Jijan! 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 Jijan!